Mit dem Piaggio MP3-Roller hat sich eine neue Fahrzeugkategorie speziell für urbanen Verkehr etabliert. Noch dazu benötigt man für diesen Roller mit zwei Vorderrädern nur den normalen B-Führerschein und außerdem kann der MP3 so stehen bleiben, dass die Füße nicht abgesetzt werden müssen. Ein Top-Feature für komfortverwöhnte Autounsteiger. Piaggio hat die aktuelle Generation seines Fahrzeuges mit doppelten Vorderrädern, den MP3, in einigen Details nachgeschärft. So gibt es jetzt vorne Lampen in LED-Optik, leichte Optimierungen beim Motor und als zusätzliche Sicherheitsausstattungsmerkmale ein Antiblockiersystem ABS und die Antriebsschlupfregelung ASR. Für die Zielgruppe gibt es auch einige Verbesserungen beim täglichen Praxisnutzen. So wurde der Raum unter der Sitzbank etwas vergrößert. Jetzt sind ohne Schwierigkeiten zwei Vollvisierhelme unterzubringen. Die Möglichkeit über eine Klappe von hinten zu beladen, entfällt. Praktisch ist das kleine Staufach hinter der Frontscheibe und dort findet man auch einen USB-Anschluss. Für mehr Sicherheit und Fahrdynamik gibt es auch Änderungen bei den Vorderrädern. Die haben jetzt eine andere Dimension und sind jetzt 13 Zoll statt 12 Zoll und außerdem wurden die Bremsscheiben vergrößert. Auch beim Sitzkonfort wurde etwas nachgearbeitet. Die Sitzbank präsentiert sich jetzt noch eine Spur bequemer als beim Vorgängermodell. Der Motor im Topmodell mit 500 Kubikzentimeter ist jetzt noch eine Spur laufruhiger und wurde auch um 3 Dezibel leiser gemacht. Die Instrumente sind neu gezeichnet. Es gibt zwei Runduhren und ein Zentraldisplay mit LCD-Anzeige. Der Piaggio MP3 500 leistet sich im Großen und Ganzen keine Schwächen und ist dank seiner Konzeption auch für den Einsatz bei schlechtem Wetter und im Winter geeignet. Wer einen Führerschein der Klasse B hat, kann mit diesem Fahrzeug mit den doppelten Vorderrädern bis zu einer Spitze von 145 kmh erreichen. In Städten wie Paris gehören Fahrzeuge dieser Kategorie schon längst zum Startbild und auch bei uns empfehlen sie sich als relativ sparsame Alternative für den innerstädtischen Verkehr. Der 40 PS starke Piaggio MP3 Roller ist zum Aktionspreis von 9.999 Euro zu haben.